Moin Leute, willkommen zurück in einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich glaube, das hätte keiner gedacht, dass ich irgendwann mal wieder, äh, was heißt wieder, dass ich überhaupt mal ein Video über Fortnite auf diesem Kanal mache. Aber Fortnite ist ein ganz tolles Spiel. Ich mag es momentan echt gerne. Und wir sind hier in der zweiten Folge von Noob zum Bro. Zum Noob zum Bro. Zum Noob zum Bro. So, und das heutige Thema wird gleich Colin vorstellen. Schaut auf jeden Fall bei seinem Kanal vorbei. Dort haben wir den ersten Part gemacht. Dort werden wir den dritten Part machen. Und ja, das geht dann immer so abwechselnd weiter. Ja. Was ist denn? Moin, alle meine Schüler. Moin. Guten Morgen, liebe Kinder. Jetzt müsst ihr es so machen. Guten Morgen. Juden Morgen, scheiß Lehrer. Okay, das wollten wir bisher, dass ihr alle gut drauf seid. Ja. Das heutige Thema. Ich werde es natürlich wieder an die Kaffee meinen, wie ich es auch in der letzten Stunde gemacht habe. Und, warte, ich muss einmal kurz suchen. Ich weiß nicht, was ich malen soll. Oh, okay. Ähm. Das heutige Thema ist, nicht zu sterben, sondern, ja. Überleben. Das Bild hatten wir auch schon im letzten, in der, in der letzten Stunde. Ähm. Es ist, ne, hatten wir doch nicht. Also, nicht zu sterben, aber dafür klug schießen. Also, nicht zu sterben und klug zu schießen. Und das ist das heutige Thema. Ne, das machen ja immer die Schüler. Ähm. Geht ihr bitte einmal die Tür schließen? Dankeschön. Ja, braver Schüler. Okay. Okay. Was passiert, wenn ich sie jetzt erschieße? Da bin ich tot. Ich bin one-shot-schügein. Oh. Das war nur ein Spaß. Ich wünsche es wieder an die Tafel mal, ey. Also, das heutige Thema ist, ähm, nicht zu sterben. Ähm, ja. Dann kommen Sie ja mal bitte mit auf den Sportplatz. Okay. So. Man muss natürlich hier die Tür benutzen. Ja, wir haben ja den Kassraum nicht gebaut. Egal. Kommt. So, ich muss hier noch einen schönen Boden machen. Alles klar. Okay, dann stellen Sie sich ein und würde hier nur, wir spielen heute kein Fußball. Okay. Ups. Nis. 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 Okay. Also, hast du das Thema dann schon gut verstanden? Das Thema ist halt nicht zu verwecken, sondern hier klug, denn so, zu spielen, äh, vorhin hatten wir schon in der letzten Stunde, ne? Jaaaaaaah. Naja, hast du deine Hausaufgaben gemacht? Natürlich. Hast du, hast du, hast du, hast du zehn Runden gespielt? Ups. Hören Sie bitte auf. Okay. Ähm, heute ist das Thema, also ich habe ja das Team schon gesagt, dass sie klug ausweichen können, so, und dann noch gut, wie wir so spielen und so bitten, dass sie dann auch mit der Papp kann so, zack. Und dazu werde ich jetzt, kommen Sie mal bitte mit, weil wir haben auch schon ein Zielobjekt. Ihhh, das sieht ja schon aus. Hören Sie schon, wir haben hier vorne schon aufgebaut. Nichts Besseres leisten können wir, oder was? Oh, den Team Curl, das ist so. Das ist natürlich halt auch schon ein bisschen das Aim, haben wir hier schon ein bisschen das vorbereitet, aber da, noch nicht, abschießen bitte. Okay, hier probieren Sie erstmal so ein bisschen, so hier, taktisch und so, ähm, gegen das, gegen das, klar, mal zu schießen. Okay. Okay. So taktisch schon, ja. Mega taktisch. So, dann stellen Sie sich einmal hier. Einmal bisschen den Stellen. Okay. So. Tschüss. Hehehehe, hehehehe. Bruh. 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 Das ist mega. Ja, jetzt üben wir noch ein bisschen. Aber hier sieht man die Eisklopfen gar nicht. Dann einmal bitte, jetzt üben Sie hier ein bisschen das Aim, Sie gehen jetzt hier durch. Und dann machen Sie hier so ein bisschen Teufel. Und? Okay, dann mal los. Okay. Ah, äh, äh, äh. Ein bisschen rumspringen auch hier und duppen und so. Ja, das ist die Schwierigkeit, glaube ich, das ist hier zu klein, oder? Ich glaube nicht, dass, dass ich das mitmachen muss, wenn ich in mein Battle pit bin. Doch, wenn ich damit Leute trollen. Deine. Aber ich kann es einfach nicht mit der Paube rausben. Bällig. Die können wir es auch natürlich kaputt machen, ne? Ist doch auch schon klar. Arschloch. So. perfekt hier sind aber noch ein paar kürbische ich habe doch gemacht dass sie rumspringen und ich glaube die zeit zu machen wenn sie stellen sich einmal bitte hier hin zu so stellen in den raum ich habe bereits dieses kann ich gar nicht sehen wir sind Ich weiß nicht, warum ich hier beim Set sitze. Er liegt jetzt. Jaaa. Woher ist das? Panakidai. Hm. Okay. Warte. Hier leerer. Kontinuierer. Das ist das Zen hier für mich. Können ich jetzt rauskommen. Das ist das Zen hier für mich. So. Also es geht hier bis zum Taktik. Und ja. Ich sag ihnen jetzt, was ihre Aufgabe ist. Okay. Also guck mal. Sie müssen jetzt hier ducken und springen. Diese Dinger hier abballern. Dann hier kaputt machen. Oder nur abschießen. Abschießen ducken und ducken und springen. Aber jetzt noch nicht. Und dann müssen sie hier durch diesen Tunnel laufen. Und dann müssen sie jetzt so abhacken. So. Damit sie auch ein bisschen lang abzubauen. Dann hinten die Küste öffnen. Und einfach hier. Okay. Und einfach hier denken. Das wäre so gegnern. Und dann duckselig und springst. Okay. Und dann mal los. Wow bumm. Wow bumm. Wow bumm. Wow bumm. Oh scheiße. Springen. Die scheiße muss da. Wow. Ich fahr auf. Das fällt jetzt echt aus, dass ich... Alles klar. So, jetzt muss ich die Kiste dort öffnen. So, nur zum Arsch. So. Dann kriegst du heute wieder ein paar Hausaufgaben auf. Dann war es auch schon wieder von der Stunde. Okay? Okay. Alte... ...Aufgabe ist... Im Spiels wieder fünf Matches und muss in den fünf Matches insgesamt zehn Kill zählen. Okay. Also, äh... In den fünf Matches muss ich insgel... Okay. Scheiße, das ist ja schade. Ah, ja, und ich muss ja helfen. Nee, wir sagen, wir sagen, 15 Kill, wir müssen 15 Runden sagen, und da musst du insgesamt zehn Kill zählen. Okay. Und ja, ich muss jetzt noch eine Skala sagen. von eins bis... äh, von null bis fünf... Na? Und in dieser Stunde bist du jetzt so auf... Du machst ja, ich hätte dich ja auf 40 geschätzt, ne? Mhm. Und jetzt bist du so auf... ...so... ...45, 50, ne? So, man muss im Verbesserung halt. Okay? Okay. Ja. Dann könnte ich... Ich kann es auch jetzt schon wieder raus geben. Okay. Ciao, Herr Lehrer. Bis zur nächsten Stunde. Ja. Ciao. Leute, ich hoffe, diese Folge... Die zweite Folge hat euch auf jeden Fall gefallen. Ähm... Ihr Colin hat uns... Also, die Folge war ein bisschen chaotisch. Aber ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen. Es war auf jeden Fall eine schöne Folge. Schaut bei Colin vorbei. Dort wird die dritte Folge kommen. Wenn ihr mehr davon wollt, dann... Würde ich mal sagen... Zehn Likes mindestens müsst ihr da lassen. Ähm... Herr der Gürkchen ist reingekommen. Sieh das noch mal. Am Ende. Und... Ciao. Zehn Likes müsst ihr da lassen.